Das Beste an AC Quadrat war auf jeden Fall der fachliche Austausch mit den Gleichgesinnten, die, also einige Meetings fanden per Zoom statt, was ich auch sehr gut fand und das war auch super bereichert, um eigene Ideen zu pitchen, zu präsentieren und festzustellen, okay, mache ich weiter oder brauche ich noch Feedbacks. Ich habe auch meine eigene Motivation gestärkt und die Zusammenarbeit mit dem Berater war auch sehr herausfordernd, muss ich sagen, und ich würde auch allen empfehlen, einen Berater auszuwählen, was einen auch motivierend, anspornt und herausfordern kann, damit man an sich hinaus wächst und wirklich das macht, was vielleicht von alleine nicht machen würde. Ausstausch, Support, Vakstum.